Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, meine Motivation anzunehmen bei Federleich im Ardenwald an dieser Position. 4Quest war der vierte Sieg, äh Quick. Solltet ihr weitere Fragen haben zu 4Quest oder 4Quest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questweilen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. Hier den Extraknopf drücken. Durch diese Zeit dann in den Beschreibungen, könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchfliegen zu müssen. Gahun besiegt? Ja, da muss man einfach nur auf hier diese Raupe anklicken, sag ich mal. So. Nun darf man wieder in ein Licht und wieder extraknopf. Das ist auch jetzt witzig finde ich. Mann! Die Schiffe der Horde verfolgten die Allianzflotte, doch Lord Admiralin Jaina bracht mir, hielt sie auf. Hey Mann! Hordeschiffe am Horizont, Mann! Ihr kommt uns nicht mehr weg, Eisenhexmann! Dachtet ihr echt, ich wollte fliehen, Kapitänin? Ich habe euch auf die offene See gelockt, weil ich wusste, dass es kein Entkommen gibt! Mwahahahahahaha! Ah, Jaina hat ihre Verfolger doch nicht getötet! Ach komm schon! Wirklich? Wirklich! Jaina ist auch nicht gestorben! Oh! Na schön! Ich bin besiegt! Juhu! Genial! Nun heißt es, Achawa besiegen! Wieder in diesem Licht, extraknopf! Unter dem Meer bekämpfen die Champions von Azeroth, die herrische Königin Ashara! Verbeugt euch vor eurer Königin! Die darf man wieder bekämpfen! Ja, die lässt auch einige Kommentare von sich! Ihr rümpelhaften, schlecht gekleideten Narren bekommt, was ihr verdient! Die aufgeblasene Königin wurde entthront, doch das war Teil von Enzots ruchlosen Plan! Jetzt darf man gegen Enzot kämpfen! Ich habe mal einen Drang benutzt, einfach weil ich es kann! Und schon ist alles besiegt! Nun heißt es, wartet auf das Urteil der Königin! Wieder ins Licht gehen, Königin anschauen, sieht einfach besser aus! Man kann aber sonst wo hinschauen, das ist Schnuppe! Ich mache es halt so, ich bin ein Schauspieler! Und dann der extraknopf! Sie applaudiert, seht ihr was? Eine exzellente Vorführung! So! Quest ist abzugeben bei Lady Moonpere im Ardenwald an dieser Position! Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen! Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen! Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert! Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein! Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Lerf für Kreizocke! Ende!